Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich möchte heute mit euch über FrSky und Jumper sprechen. Hier bewegt sich gerade einiges am Markt, was teilweise ein wenig Bauchschmerzen verursacht. Aber dazu gleich mehr. Viel Spaß mit dem Video. Einige von euch werden sicher mitbekommen haben, dass gerade in letzter Zeit, als die Jumper T16 auf den Markt kam, FrSky sich rigoros dagegen gewehrt hat. Dies hat natürlich verschiedene Gründe. Unter anderem, dass die Jumper T16 das FrSky Protokoll vollständig out of the box unterstützt. Man hat eigentlich eine Funke, die vom Auftreten von den Funktionen, vom Display her eigentlich einer X10 von FrSky entspricht, die natürlich weitaus über 300 Euro kostet. Wir reden ja hier nicht von einer X-Lite, von FrSky oder von einer X7. So war es natürlich am Ende nicht verwerflich, dass FrSky sich dagegen natürlich versucht zu wehren. Doch fangen wir mal ganz von vorne an. Als FrSky sich am Markt zu etablieren versuchte, neben den anderen Funken der großen namhaften Hersteller wie Graubner, hat man natürlich versucht, ein Betriebssystem zu gründen, auf dem man weitere Sachen neu einbinden kann. Man hat versucht, Entwickler mit ins Boot zu holen. Man hat versucht, die Funke so anzupassen, wie es die Piloten gerne benötigen oder brauchen. Man hat auf den Markt gehört und am Ende sogar sein Betriebssystem Open Source als Namen OpenTX zur Verfügung gestellt. So wie es natürlich bei der Jumper T16, die gerade so im Markt herumschwirrt, der Fall ist, war es bei der FlySky Nirvana nicht anders. Man hat von Anfang an auf OpenTX gesetzt. Jetzt muss man aber dazu wissen, dass OpenTX natürlich im Grundbaustein von FrSky ins Leben gerufen wurde. Es sind bei Weitem nicht die einzigen Funken, die OpenTX als Betriebssystem einsetzen. Es gibt weitaus noch mehr, aber es sind natürlich unter den genannten Funken die bekanntesten, die OpenTX als Basis einsetzen. Jetzt muss man natürlich dazu wissen, dass an OpenTX nicht nur freie Leute, so wie man das bei GitHub oder Co. kennt, die natürlich programmieren, so wie ich das auch gerne tue, sondern ganz oben als Admin sitzt tatsächlich ein FrSky Mitarbeiter. Dieser überwacht und managt im Prinzip jede Softwareversion von OpenTX. Dass FrSky natürlich hier sein Hauptaugenmerk auf seine eigene Software, in Anführungsstrichen eigene, legt, ist natürlich damit klipp und klar verbunden. Nun ist OpenTX jedoch unter einer Lizenz veröffentlicht worden, in der Änderung am Code und auch die Weiterverwendung gestattet ist. Das heißt, FrSky hat kein Recht, diese Software nur für sich alleine zu beanspruchen. Andere Hersteller haben lediglich eine Pflicht und zwar, wenn sie den Code verwenden oder anpassen, ihn bereitzustellen, sodass im Prinzip auch FrSky von Änderungen in dieser Hinsicht profitiert. FrSky hat natürlich keinerlei Chance mehr, diesen Code wieder closed zu machen. Das bedeutet, ihn für sich alleine zu beanspruchen. FrSky müsste hier ein komplett neues Betriebssystem für eine Funke einer neuen Generation von vorne an erfinden. Dies sind enorme Entwicklungskosten, die keiner mehr alleine stemmen möchte. Warum soll man auch was, was richtig gut funktioniert, nochmal neu erfinden? Nun kam die Flyscan Nirvana vor einiger Zeit heraus und sie verwendete eine eigene Firmware. Relativ schnell wurde jedoch klar, dass die Leute eher auf OpenTX setzen wollen und deswegen auch OpenTX auf dieser verwenden wollen. Die Diskussion, ob OpenTX die Flyscan Nirvana am Anfang unterstützt, war lange in den Sternen. Es wurde viel hin und her gerungen, ja, nein, wir wollen es, wir wollen es nicht. Letzten Endes ist es natürlich dahin gegangen, dass die Flyscan Nirvana von OpenTX tatsächlich unterstützt wird. Jedoch, mit einer kleinen Fußnote hintendran, die Unterstützung von FrSky für Funkfernbedienungen bleibt Priorität Nummer 1. Kommen wir nun zum aktuellen Fall, der Jumper T16. Hier hat man sich genau das gleiche gedacht. Man verwendet OpenTX als Basis, man bringt eine Funke heraus, die qualitativ relativ gut ist und presst diese in den Markt. Die Jumper T16 war am Anfang eigentlich relativ unbekannt, doch relativ schnell wurde über verschiedenste YouTube-Kanäle, über Twitter, über Facebook diese Funkfernbedienung, diese Jumper T16, förmlich in den Himmel gelobt. Davon mal ganz abgesehen, dass sie natürlich auch ihre Schwächen hat. Ein Hersteller wie FrSky beobachtet diesen Markt natürlich sehr, sehr genau. Relativ schnell fing also FrSky an, den Händlern zu verbieten, diese Funke überhaupt noch zu vertreiben. Dies artete dahin aus, dass die Händler E-Mails von FrSky bekamen und sich entscheiden mussten. Entweder sie bieten die Jumper T16 an, verlieren aber den Vertrag mit FrSky, um die Funken, die sie vertreiben, für einen angemessenen Preis einkaufen zu können. Dies ist natürlich nicht möglich, wenn der Händler zu einem Händlerpreis nicht mehr einkaufen kann, sondern tatsächlich den Endpreis bezahlen muss. Daraus resultierend wären FrSky Funken natürlich teurer. Viele Händler entschieden sich also letzten Endes gegen die Jumper T16, diese zu verkaufen und behielten lieber die gut laufenden Geschäfte von FrSky. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob das eine gute oder eine schlechte Entscheidung ist. Aber letzten Endes zeigt doch die Marktmacht von FrSky, was möglich ist. Eine für mich eher beunruhigende Entwicklung ist FrSkys Reaktion darauf mit dem neuen Funken. Ich rede jetzt speziell um die neuen Funken der X-Lite S, der X-Lite Pro und der neuen X-9 Lite. Hier zeichnet sich für mich ein Bild ab, was irritierend und beängstigend ist. Ich habe lange Zeit bisher schon versucht herauszufinden, was es mit diesem neuen Protokoll von FrSky auf sich hat. Bisher hießen die Protokolle bei FrSky ACC-ST. Das neue Protokoll heißt ACC-ESS. Dieses Protokoll ist neben einer neuen Vielzahl von Kanälen bis zu 24 Stück, einer geringeren Latenz, alles super geniale Werte, auch verschlüsselt. Mal im Ernst, hat jemand von euch schon mal tatsächlich das Szenario gehabt, dass euer Copter im Flug gehackt wurde? Habt ihr Angst, dass euer Copter während des Fluges übernommen wird oder euer Flug zu Gerät? Ich glaube niemanden, aber wirklich niemanden, interessiert ein verschlüsseltes Protokoll zwischen eurem AC-Modell und eurer Funkfernbedienung. Denn es muss ausschließlich funktionieren und das tat es bisher tadellos. Über die anderen Erweiterungen wie die Mehrkanäle, geringere Latenz, darüber ließe sich tatsächlich noch diskutieren. Das ist eigentlich keine schlechte Sache. Für manche Leute würden 16 Kanäle reichen, mir persönlich reichen ja wie gesagt sogar schon 8. Für manche Leute, die große AC-Modelle fliegen, ich sage mal Nachbauten 1 zu 10 einer Boeing, die werden wahrscheinlich sich freuen, dass sie endlich mehrere Kanäle haben und nicht noch zwei Empfänger miteinander paaren müssen. Aber das ist eben wieder eine Geschmacksfrage, wie es jeder benötigt. Der einzige Grund, warum also aus meiner Sicht FR-Sky dieses Protokoll verschlüsselt hat, ist nicht der Sicherheit wegen, sondern der einzige Grund ist, dass man nicht mehr in der Lage ist, dieses Protokoll reverse zu ingenieren. Denn bisher war es für alle relativ simpel, die FR-Sky-Empfänger zu implementieren. FR-Sky hält sich natürlich hier extrem bedeckt und es bleibt natürlich wirklich abzuwarten, was wird in Zukunft passieren. Man geht so ein bisschen mit einem schlechten Bauchgefühl da rein. Doch, ich möchte natürlich auch noch auf die Jumper T16 zu sprechen kommen. Die Jumper T16 sieht jedenfalls auf den ersten Blicken etwas kleiner aus. Also ich vergleiche es eher mit der 9X9 Lite. Diese kam übrigens relativ schnell nach der Jumper T16 heraus. Ich möchte jetzt nichts Böses behaupten, aber es sieht weniger nach Zufall aus, es sieht mehr nach geplant aus. Die Jumper T16 hat aber tatsächlich in der letzten Zeit nicht nur positive Nachrichten erzeugt. Es gibt mittlerweile tatsächlich vermehrt Nachrichten darüber, dass die Jumper T16 qualitative Probleme hat. Unter anderem Ausfälle des Displays. Das heißt, das Display geht von einem Tag auf den anderen Uhr plötzlich nicht mehr. Ebenfalls die SD-Karte, der SD-Karten-Slot funktioniert einfach nicht mehr. Ebenfalls geht die Funke einfach aus. Grundlos. Ohne, dass irgendwas gewesen ist. Dies sind natürlich in Anführungsstrichen kleine Mängel. Und natürlich wird auch hier versuchen, der Hersteller schnellstmöglich nachzubessern. Wie sich das natürlich jetzt weiterentwickelt, wird jetzt nur noch die Zeit zeigen können. Ich hoffe, ich hoffe inständig, dass wir hier nicht irgendwo in einen Herstellerkrieg landen. Denn dieser Krieg wäre nicht nur schädlich für die Hersteller untereinander. Denn aus meiner Sicht, was gerade bei Jumper schief läuft, hat FrSky gar nichts zu befürchten. Ganz im Gegenteil. Ich hätte als Hersteller weitergemacht. FrSky ist kein schlechtes Produkt. Aber wir sehen schon daran, dass FrSky Angst hat, dass wir hier natürlich die Gefahr haben eines Krieges. Zwischen zwei verschiedenen Herstellern. Und wenn es natürlich so weitergeht, nicht nur zwischen diesen. Lasst mir doch gerne einfach mal da unten einen Kommentar da. Wie seht ihr das? Wie schätzt ihr die Situation ein? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.